mein handy guten morgen guten morgen ist es schon fast 12 schon nach 12 moment 12 12 ganz genau ich habe den fluchstaub gesaugt die treppe gesaugt wäsche gewaschen wäsche abgenommen so fleißig war die mama hat richtig power heute weil sie einfach schlafen durfte heute nacht ich hatte die letzten drei oder vier nächte ich weiß es ist gar nicht genau kopfschmerzen gehabt und heute war die erste nacht wieder ohne kopfschmerzen so gut und die kleine hat sogar geschlafen deswegen bin ich heute fitter wie gestern ja genau das habe ich noch gemacht küche habe ich auch aufgeräumt gelüftet ja auf jeden fall wollte ich jetzt kochen so ein handy muss ich in sicherheit bringen weil es ist sehr interessant wenn die kleine maus alles sauber gemacht nur das muss ich noch erfaschen aber sonst habe ich alles ausgeräumt hier ich habe gestern bio zucchini gekauft und zucchini wenn sie länger liegt wird sie bitte ich weiß nicht ob ihr auch da so erfahrungen gemacht habe ich finde wenn die zucchini zwei drei tage liegt ist sie bitter und das schmeckt ekelhaft deswegen werde ich jetzt erstmal die zucchini heute verbrauchen dann habe ich spätzle was hast du da ein magnet vom kühlschrank ich habe ja spätzle gekauft die könnte mal dazu machen irgendwie mit soße und käse ja ich glaube ich guck erst mal durch und überlegt mir habe ich keine guten ideen heute macht er noch zu kannst du wieder drauf hängen hier zack zack genau super prima doppelchen sind hier entzückend aus heute leonie spielt hier ja mit den gesunden sachen und ich habe auch was gefunden spätzle zwei packungen dann machen wir die hähnchen mini schnitzel zucchini dazu mit soße und dann können wir noch käse drauf machen ich fange mal an so lange sie ruhig ist genau schnitzel antraten pfanne na 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 Hoffentlich kriegt sie keine Packung auf. Ich brauche noch eine kleine Pfanne für die Tsuki. Was ist das? Das ist das. Das ist das. Das ist das. Soße. Ungesunde Soße ist das. Könnt ihr euch erinnern, ich habe euch gestern von den Keksen erzählt, die ich für die Kleine gekauft habe. Die waren extra für Kinder. Für Babys. Ab 8 Monaten oder so. Bärchen, Hafer, Banane, irgendwas. Und Sina meinte, die waren voll hart. Aber die sind nicht hart. Also ich habe sie heute gesehen, die sind wirklich so hart. Ich weiß nicht, was Sina hatte. Ganz weit. Jetzt hat sie es gesehen. Ich habe nicht überlegt, dass sie das versteht. Erst Mittagessen. Okay. Guck mal, du musst aufräumen, mein Schatz. Wer räumt denn das auf? Alles wieder da rein. Alles da rein machen. Los. Auf geht's. Ich nehme mal für die Zucchinis. Da habe ich doch mal so, auch so Packungen hier, für Grillgemüse gekauft. Da habe ich mir das hier abgefüllt. Schmeckt voll lecker. Ich glaube, da hatte ich auch noch größte. Einmal Grillgemüse und einmal Grillfleisch. Hier, wo hast du das hin? Nein, das ist das nicht. Es schmeckt richtig gut. Hier. Grill. Also Fleisch. Einmal gab es für Fleisch, einmal gab es für Gemüse. Und hier habe ich auch noch mal Fleisch zum Grillen. Haben wir gar nicht mehr benutzt. Ja, das ist südlich. die Schlüssel sind gleich fertig. Komm, wir schauen mal wo der Ball ist. Wo ist der Ball? Guck mal, hier. Mama muss kochen. Komm mal da, der Ball. Du kleine Nudel, du. Du kleine Nudel. Schnulli, wir finden übrigens die grüne Schnullerkette nicht mehr. Deswegen habe ich die jetzt dran gemacht, aber das heißt so schwer. Ja, warte, wir machen die mal dran. Die ist halt schwer, gell? Ja, ich weiß nicht, wo die ist. Ich habe auch schon hinter der Couch geguckt, da ist auch nichts. Wahrscheinlich haben wir die irgendwie draußen verloren mit dem Schnulli. Eigentlich kann ich nicht sagen, aber... Oder sie hat es irgendwo reingesteckt, wo ich noch nichts gesehen habe. In irgendeinem Topf oder so, Schüssel. Ja, keine Ahnung. Irgendwann finden wir sie. Ich brauche noch eine Gabel. So, und jetzt können wir essen. Ja, komm. Essen, essen, essen. Lecker. So, unsere Rab-Lieferung ist da. Lukas ist auch da. Und wir müssen jetzt hier sortieren. Die leeren Kisten müssen raus. Machst du die Türe zu oder ist da noch welche? Okay, weil nicht, dass die kleine rauskommen. Komm, sag' Mama. Lukas, bring noch Flaschen. Ja, bring die restlichen Flaschen aber runter. Hier haben wir noch ein paar. Die Folgen. So. Die müssen raus. Die leere Kiste stelle ich dann in den Flur. So. Die Flasche ist leer. So. Vorsicht, mein Schatz. Kannst du gleich alle hier reinstecken. Hier ist Radler. Der Räuel wollte mal Radler probieren. Aber das steht jetzt schon, glaube ich, seit vier, fünf Monaten. Und ich glaube, es schmeckt nicht. Nicht rausnehmen. Woher? Das ist gar nicht voll. Na ja, müssen wir ein bisschen auffüllen noch. Woher? Am besten hier in den Flur. Dann können wir ja die anderen zusammen reintragen. Ja. Rudi ist stark, gell? Die Flaschen sind noch ganz leer. Jetzt wollte ich gerade unsere schwarze Tonne vorholen. Weil die stand nämlich noch an der Straße. Und guck rein und der Müll ist noch drin. Also weiß ich, was da los ist. Warum der nicht abgeholt wurde. Ein Nachbar hat seinen schon hingestellt. Also irgendwas ist da komisch. Ich habe jetzt alle Kisten reingetragen. Mein Rücken ist jetzt kaputt. Aber das ist so schwer, so eine Kiste. Ja. Hier ist mein kaputt. Kerzenbestell doch. Ja. Das ist echt schade. Ich muss mal zu Ikea fahren. Okay. Waren wir zu Ikea? Ja. Ich war zu Ikea. Ja. Nein, natürlich Spaß. Oh je, oh je. Wir haben sogar einen Liebesbrief bekommen von Rapp. Hatten leider nur noch eine halbe Kiste Cola. Hoffentlich ist das recht so. Okay. Ja, also für drei Kisten waren das jetzt einmal Wasser. Und zweimal gemischt. 22 Euro. So dunkel. Wenn das Licht aus ist, machen wir mal Kerzen an. Also normale Teelichter. Ja. Ja, das gefällt dir immer, gell? Die Lichter. So. Und die Große machen wir auch an. Da haben wir nämlich noch ganz viele. Au! Die Mama sich verbrandt. Trudel. Schön. Hier. Leuchtet. Und sie guckt. Und unseren Stern machen wir an. Wenn es schon so dunkel ist hier. Guck mal. Oh, schau mal. Leonie, schau mal. Hi. Ja. Hallo. Oh, was hast du da gefunden? Hm? Papas Brief? Nein. Gestern sagte Lukas I. Und heute findet das lecker, ne? Typisch. Die kleine Maus klebt schon wieder an mir heute. Wie so ein Koala-Bär. So, ich glaube, sie hat nicht mal gemerkt, dass ich sie kurz abgestellt habe. Jetzt ist gerade ruhig. Ich wollte nochmal zu meinem CBD-Öl sagen, da ich das ja unbedingt ausprobieren wollte. Ich habe ja den Vorteil, dass ich YouTube mache. Und deswegen habe ich die Firma mal versucht anzuschreiben. Habe ich noch nie gemacht. Aber Michaela hat mir den zippig. Und ich habe tatsächlich die Firma angezogen. Und die haben mit mir eine Kooperation gemacht. Und ja, dadurch habe ich auch ein Rabattcode für euch. Und zwar 15% günstiger. Ich verlinke euch alles in der Infobox. Ich habe die 10% genommen. Auf Empfehlung von meiner Schwester. Die hat auch, ne, die hat 12% genommen. Und bei Hanfgeflüster gibt es 5, 10 und 15, glaube ich. Müsst ihr mal gucken. Da gibt es so viele verschiedene. Auf jeden Fall habe ich das Grün hier. Mal ausprobiert. Ich bin malen. Ja, auf jeden Fall finde ich, dass ich einfach so innerlich ruhiger bin, seitdem ich das nehme. Ich nehme es ja erst schon fast zwei Wochen. Und meine Schwester hat das Gleiche berichtet. Also man merkt schon den Unterschied, ne. So den Stress mindern und sowas, dieses Öl. Und ich kenne jetzt so viele, die das nehmen. Deswegen wollte ich das unbedingt auch ausprobieren. Und ich hoffe, dass es auf Dauer noch besser wird. Und dann auch anhält. Ja, schauen wir mal. Wir wollen irgendwas backen. Das habe ich hier in diesem schönen Backbuch für die Kinder. Es gibt ja so schöne Sachen. Ich kann mich so nicht entscheiden. Ich glaube, ich lasse mal Selina gucken, was sie gerne hätte. Oder beide Kinder sollen mal gucken. So schöne Sachen hier. Sie sind vorsichtig. Oh mein Gott. Wir haben aber so viele Mamas geschrieben, denen es genauso geht wie mir gerade. Also, ja. Wir hoffen mal, dass es nur eine Phase ist. Oh. Mama, wollt ihr doch gucken, was wir backen? Du kleine Nudeln. Komm, wir gucken jetzt zusammen. Neues Backen, wie schönes Schokomuffins gibt es hier. Was ist das? Karamellmuffins. Oh. Die sehen ja schick aus. Guck mal. Ja, Muffins sind auch eine gute. Oh, die Brownies hier. Schokobau. Ich muss ein bisschen ein. Jetzt kommen die ganzen Kuchen. Das sieht auch eine aus. Mal gucken. Mag ich auch total gerne. Nusskuchen. Gedeckte Apfelkuchen. Das mag der Papa, ne? Nicht die Kamera einfach. Ich hab gerade gesehen, hier gibt es auch Brote. Dampo. Australisches Buschbrot. Na, braucht auch nicht viel Zeug dazu. Hm. Das sieht ja lecker aus der Pizzatassen. Ja. Wir müssen auf jeden Fall mal durchgucken. Ich glaube, ich nehme das mal mit hoch. Und gucke mal später. Und ich glaube, heute wird es sowieso nichts hier. Okay? So, der Du. Ach, der Halloween. Es ist so dunkel. Es ist kurz nach 15 Uhr. Es ist so dunkel. Jetzt wäre es schon ganz spät abends. Jetzt haben wir zwei Unfälle innerhalb von einer halben Stunde gehabt. Da. Eine Beule. Dass die immer das sieht. Zeig mal dein Aua. Wo ist dein Aua? Zeig mal dein Aua. Da. Genau da. Hat sich ein Kopf angehauen. In der Küche an der Kante. Und dann sind wir hier hoch. Dann ist sie gegen den Tisch geknallt. Mit dem Mund. Und jetzt hat sie am, hier am Lippenbändchen, hat es geblutet. Kannst du schon lieber voller Blut und das Tuch. Oh je. Mama zieht dir einen Helm an. Echt. Ja. Schatzi, guck nach vorne. Sonst ist gleich der dritte Unfall noch hier. Hier. Aufpassen. So ist es, wenn man müde ist, gell? Dann läuft man gegen alle Schränke. Jetzt holt sie die Wäsche raus. Ja, das ist dreckig. Das muss da rein. Muss man mal waschen. Gell? Das ist deine Hose. Juni sitzt wieder in der Kiste. Sie hat jetzt einen Weg auf die Couch gefunden. Sie klettert in die Kiste. Und dann klettert sie auf die Couch hoch. Gell? So, der Papa ist jetzt auch da in seinem sexy Schneemann-Pullover. Schreib mir mal bitte, ob das sexy ist. Ja. Wirst du die passende Anfragen fliegen? Ich glaube, ich mach's mal in die Waschmaschine. Schreib bestimmt jemand, ich wollte dich immer mal vorm Schneemann geflückt werden. Ich glaube nicht. Na super. Warte, Kasi? Nein, komm mit. Immer wenn ich denke, ich hab keine Wäsche mehr oder wenig, bringt der Lukas seine Wäsche von oben. Super. Ganzen Berg. Oh, wie schnell. Uli, ich komm zu dir. Ich guck, ob du aufkämpfernd hast, Uli. Gucken eure Männer auch so interessante Sendungen wie Nightrider? Du, 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 du. Du, du, du. Hallo, Papi. Oh, guck mal. Guck mal, hat der Budi aufgeräumt? Na ja. Es geht so, gell? Es geht so. Oh, Parfüm. Gibt's gut? Gell, 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 gell. Naja. Mama? Ja? Ich hast du rumgehalten und musst meine Haare zu knallen. Ja, kann ich machen. Ja, du komm, auf geht's. Geh mal runter. So, der Lukas. Ah, holst du dein nächstes Stück. Boah, ho, 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 hoi. Benno, Lukas ist jetzt duschen, ich hab sich die Haare jetzt weggesaugt. Wollte nur die Seiten rasiert haben. Ja. Naja, wenn's so modern ist. Wir werden jetzt Abend essen, Selina ist noch nicht da. Die hat ja heute Mittagsschule und die trinkt Orangensaft. Ja, Puisgepresst aus der Flasche. Wie gut. Ja, du musst den Kopf nach dem Arm machen. Der ist wirklich voll lecker hier, dieser, von Aldi, dieser Orangensaft. Ja, Aldi. Aldi, mein Lieber. Ihr Lieben, ich würde mich dann auch von euch verabschieden und ich hoffe, wir sehen uns morgen um 11 Uhr wieder. Tschüss.